Job 6. Wir kriegen einen Brief. Die Vassalin stellt den Brief zum Facharbeiter. Der Facharbeiter sitzt mit mir in einem Raum. Er hat den Brief und er liegt wochenlang bei ihm am Tisch. Er weiß nicht, was er damit machen soll. In Wirklichkeit betrifft der Brief das Institut. Also geht mich etwas an. Ich weiß aber nichts von dem Brief. Plötzlich ruft mich die Statistik extern an und sagt, hallo, wir haben Ihnen das geschickt, das wäre zum Ausfüllen gewesen bis morgen. Sie müssen bis morgen alle Daten des Instituts bringen. Ich falle aus allen Wolken, Panik an Bord. Er entzieht sich, dass er das hat und schiebt es dann am Tag, bevor das geschehen ist und Deadline ist, zu mir. Und wer ist wieder die Böse? Natürlich ich. Ich habe dann das ganze Institut durchrufen müssen, habe intimste Ausbildungsdaten der hochhonorierten Mitarbeiter fragen müssen und ich habe mir dann eine Co-Arbeiterin der Vassalin geholfen, dass wir das fertig gebracht haben, das ganze Numerelle. Da hat man so aufteilen müssen, wie viel meiner Arbeit ist Verwaltung, wie viel meiner Arbeit ist Forschung, Entwicklung. Also der Täschek ist wieder einmal an mir hängen geblieben. Warum? Weil der blöde Mitarbeiter zu feig war, irgendwas zu sagen, dass dieser Brief existiert. Das war im Job 6.